Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Kai4Future. Was war das denn bitte für eine krasse Zukunftswoche? Mal abgesehen davon, dass ich die große Ehre hatte, beim DKE und ZVEH eine Rede zu halten. Also das ist quasi die Keimzelle der Normung für alles, was irgendwie Elektronik betrifft. Abgesehen davon gab es einfach echt krasse Themen. Deswegen habe ich dieses Mal nur ein volles Thema dabei. Und das ist natürlich Meta, also das neue Facebook. Ansonsten viele Kurzmeldungen, die auch irgendwie alle mit Zukunft zu tun haben. Deswegen lasst uns loslegen. Zukunft der Energie. Kernfusion. Möglicherweise gibt es jetzt einen Durchbruch in China und beim US-amerikanischen MIT. Anders als Kernreaktion in klassischen Reaktoren fällt da weniger Abfall an. Es gibt zumindest die Aussicht auf sehr viel mehr Energiegewinn. Das liegt ein bisschen daran, dass man da versucht, ein Plasma wie in der Sonne zu erzeugen. Das ist ziemlich krass, also extrem heiß. Und wenn das gelingt, dieses ultraheiße Plasma auch noch zu bändigen, dann wäre das tatsächlich eine Revolution. Ein Witz unter Physikerinnen und Physikern ist ja tatsächlich schon ziemlich lange, dass es noch 20 Jahre dauert, bis man Kernfusion tatsächlich schafft. Unabhängig davon, wann man das fragt. Jetzt ist die Frage, ist dieser Zeitpunkt jetzt vorbei? Und sagt man jetzt vielleicht sogar vorsichtigerweise 10 oder 15 Jahre? Wir werden sehen. Zukunft der EU. Polen auf Abwägen. Niemand hat Lust auf Pole-Axis. Wie sagt man das eigentlich? Pol-xit? Pole-xit? Naja. Außer ein paar Mächtigen in Warschau natürlich. Das findet nämlich der Europäische Gerichtshof gar nicht so toll, was da abläuft. Und hat deswegen ein Zwangsgeld von 1 Million Euro pro Tag gegen die polnische Regierung verhängt. Grund dafür war eine nicht nur umstrittene, sondern ziemlich undemokratische Justizreform in Polen. Etwas weiter und noch kritischer ist die Situation in Taiwan. Davon habe ich ja letztes Mal schon berichtet. Die US-Regierung hat kürzlich in die Debatte eingebracht, Taiwan sollte doch eigentlich mal jetzt so langsam den Vereinten Nationen beitreten. Das wiederum sieht China nicht nur anders, sondern macht unverblieben deutlich, dass das quasi einer Kriegserklärung gleich käme. Weil Taiwan ist ja Teil von China, sagt China. Taiwan wiederum sagt, wir sind Taiwan. Naja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Der brasilianische Umweltsünder und Diktator, äh Präsident Jair Bolsonaro, wird wohl angeklagt, weil er in der Pandemie und im Umweltschutz, gelinde gesagt, ziemlich großen Mist gebaut hat. Sein Best Buddy Donald Trump wiederum sprang ihm aber zur Seite. Passt ins Bild? Nochmal. Kinas, benehmt euch bitte mal. Und weil es irgendwie zur Zukunft der EU gehört, Julian Assange, der Whistleblower der Geheimakten über den Irakkrieg veröffentlichte und damit Kriegsverbrechen des US-Militärs und anderer Verbündeter aufdeckte, soll mal wieder ausgeliefert werden. Das fordert zumindest die US-Regierung. Die Briten sind sich noch nicht sicher. Wenn sie das tun, ist der Exit vom Brexit meiner Einschätzung nach für sehr lange Zeit ausgeschlossen. Es ist zwar nicht so, dass Festland Europa es immer so super genau mit Menschenrechten nimmt, besonders mit Blick aufs Mittelmeer, aber die Causa Assange hat das Potenzial, einen diplomatischen Winter zu verursachen. Es gibt also gerade mal wieder eine Spaltung in viel Rückenwind auf der einen und neue Enthüllungen über die vergangenen Versuche der US-Geheimdienste, andererseits Assange nicht nur für 175 Jahre einzukerkern, sondern im Zweifel lieber gleich in London auszuschalten, zu töten, zu liquidieren. Sag mal, hackt's. Und wenn wir schon global sind, Afrika bekommt jetzt endlich auch Corona-Impfstoffe. Also nicht nur Almosen, so wie jetzt bisher, sondern auch eine eigene Produktionsstätte, irgendwo in Ruanda und oder dem Senegal. Yay. Außerdem hat sich Angela Merkel noch in Griechenland als Kanzlerin verabschiedet und Olaf Scholz beim G20-Gipfel eingeführt. Krasse Sache, weil Scholz ja noch gar nicht als Nachfolger bestätigt ist, aber irgendwie auch schon eine schöne Geste. Zukunft der Cyberjustiz, aufsehenerregender Prozess gegen den sogenannten Drachenlord. Eine bemerkenswerte Geschichte über die unfassbare und menschenunwürdige digitale Unfähigkeit der deutschen Justiz, der Gewaltbereitschaft eines Interneten-Mobs in Deutschland und Selbstjustiz gegen sozial randständige Menschen. Sascha Lobos Kolumne dazu ist wirklich Gold wert und in den Shownotes verlinkt. Also bitte lesen. Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess und die Betriebsratschefin Daniela Cavallo haben sich diese Woche öffentlich ziemlich krass gezofft. Das war lustig. Erst hieß es nämlich, Diess komme nicht zur bevorstehenden Sitzung der Belegschaft, weil er sich lieber mit Investoren in den USA trifft. Das fand Cavallo wiederum nicht so witzig und schrieb in einem Statement an alle Beschäftigten von VW, das sei eine dramatische Situation, die es so noch nie gab. Das war ein Zitat von der Süddeutschen. Angesichts 30.000 wackelnder Jobs in dem Konzern ist das schon ganz schön dreist. Zwischenzeitlich meinte dann das Team von Diess, er würde stattdessen ein Online-Meeting für Beschäftigte anbieten und deren Fragen beantworten. Auch das hat dem Betriebsrat nicht so richtig gereicht. Schließlich ist Diess aber doch eingeknickt und verschiebt seine USA-Reise. Was für ein Gönner. Warum ich das Thema aufgreife? Naja, ich habe ja vor einigen Jahren schon das erste Mal gesagt, dass einer der großen Automobilisten in Deutschland eventuell das Jahrzehnt nicht überleben wird. Zumindest nicht in der derzeitigen Form. Daimler hat jetzt kürzlich ja mit der Abspaltung der Trucksparte schon mal einen Schritt in die Richtung gemacht. Von BMW habe ich länger nichts Interessantes gehört. Und nun klang diese VW-Meldung mal wieder nach einem Update-würdigen Tag. Zukunft der Bundespolitik. Bärbel Baas ist neue Bundestagspräsidentin. Sie ist die dritte Frau in diesem zweithöchsten deutschen politischen Amt. Baas ist bisher eher als unscheinbare SPD-Politikerin in Erscheinung getreten und war bis dato Fraktionsvize für Gesundheit, Bildung und Forschung. Sind ja wundervolle Themen. Da ging ja in den letzten Jahren eigentlich alles nur richtig, oder? Naja, geht so. Die AfD wiederum hat es mal wieder nicht geschafft, einen Vizeposten für das Bundestagspräsidentenamt zu besetzen und ist deshalb traurig und schmollt. Die FDP ist auch traurig und schmollt, weil gleich in der ersten Sitzung des neuen Bundestags der Wunsch der Fraktion, also Zitat Spiegel, abgeschmettert wurde, nicht mehr neben der AfD sitzen zu wollen. Tradition geht vor bei CDU-Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, die dafür auch Rückenwind von CSU-Gockel Alexander Dobrindt bekam. Der will nämlich auch nicht neben den Faschisten sitzen. Naja, irgendwie auch verständlich. Einen letzten Schnitzer möchte ich aber noch wenigstens genannt haben. Christian Lindner will Finanzminister werden. Der will nicht nur heiraten, sondern auch Finanzminister werden. Doch die Ökonomen Josef Stieglitz und Adam Thutze, immerhin Nobelpreisträger, sagen, das sei überhaupt keine gute Idee. Zitat, das Problem besteht nicht nur darin, dass Lindners Wirtschaftspolitik, sei es bei der Schuldenbremse oder den Haushaltsregeln für Europa, eine Anhäufung konservativer Klischees ist. Viel wichtiger ist, dass es sich um Klischees einer vergangenen Ära handelt, nämlich um die der 90er Jahre. Zukunft der gesellschaftlichen Polarisierung. Das Thema heißt Rechtsextremismus in der Polizei und Bundeswehr. Schon wieder Einzelfälle aufgetaucht. Martina Rosenberg, Chefin des Militärischen Abschirmdienstes, berichtet von aktuell gut 1400 laufenden Überprüfungen bei der Bundeswehr, wo von 1200 auf den Verdacht von Rechtsextremismus, Reichsbürgertum oder Selbstverwalteter geht. Bei der Polizei wiederum sind die Landesämte für Verfassungsschutz zuständig und alleine in NRW werden gerade mehr als 200 Fälle geprüft. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang meint trotzdem, es handele sich nur um eine Scheinenzunahme, weil ja das Thema auch immer mehr in der Öffentlichkeit steht. Starkes Statement. Ganz ehrlich, wenn sich nicht Fundamentales an der Organisationsform unserer Institutionen ändert, wird es nicht besser, sondern schlechter. Dazu übrigens eine Literaturempfehlung, Designing Freedom von Stafford Beer. 100 Seiten eines Kybernetikers von Anfang der 1970er Jahre. Diese 100 Seiten haben es echt in sich, weil daher hat er ja schon vorher gesagt, was heute so alles schief gehen wird. Nicht, weil seine Glaskool so super ist, sondern weil er die Funktionsweise von dem System einfach verstand. Zukunft des Wetters mit Swingersmiley. Die Chancen für weiße Weihnachten stehen gut. Kommen wir zum Hauptthema. Die Zukunft des Internet. Facebook heißt jetzt Meta. Das größte westliche, angeblich soziale Netzwerk Facebook bekommt neue Eltern. Die Konzernstruktur über Facebook und ihren Geschwistern WhatsApp, Instagram und Oculus und weitere wird nicht mehr länger Facebook heißen, sondern Meta. Das gab der 37-jährige Gründer und Chef des Imperiums Mark Zuckerberg am Donnerstag bei der Connect bekannt. Was ändert sich? Erstmal nichts. Weder an den bisherigen Konzernstrukturen zwischen den Einzelunternehmen noch an den Organisationsstrukturen, die, ganz klassisch für Silicon Valley Unternehmen, Profit nicht nur vor Menschenrechte in den produzierenden Ländern stellt, sondern auch vor Respekt oder Gleichberechtigung in den eigenen Reihen. Daher kommt die Ankündigung auch einigermaßen verwunderlich, da infolge mehrerer umfassender Veröffentlichungen einer ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin, die deshalb jetzt Whistleblowerin genannt wird, so als wären interne Prozesse von Facebook so wichtig wie beim Geheimdienst, wochenlang in der Kritik stand. Also der Konzern, nicht die Frau. Die Veröffentlichungen haben im Wesentlichen nur bestätigt, was alle wissen. Facebook ist schlecht für Demokratie, transportiert Hass und Fake News schneller als Wahrheit und positiven Meldungen und, und, und. Der Skandal dahinter ist, dass das Management davon natürlich auch weiß und bewusst nicht handelt. Naja, finde ich jetzt nicht allzu skandalös, aber okay. AP News zieht aber einen schönen Parallel zu BP, also zu dem Ölkonzern, der ursprünglich mal British Petroleum hieß. Der hatte sich nämlich auch in Krisenzeiten dann umbenannt, einfach mal in Beyond Petroleum. Was kommt jetzt auf uns zu? Also was ändert sich? Die Idee namens Metaversum stand natürlich nicht von Zuckerberg oder Facebook, sondern kommt aus der Science Fiction. Ich hoffe, die zahlen wenigstens Tantiemen an Neil Stevenson. Der hat nämlich den Begriff in seinem Roman Snowcrashed 1992 eingeführt. Wie dem auch sei, Facebooks, pardon, Metas Idee der Zukunft ist eine nahezu pervers anmutende Überspitzung virtueller Möglichkeiten. Die Idee ist nicht neu und wird gelegentlich auch als IOE, also Internet of Everything, oder Next Generation Internet gehandelt. Anstatt einfach mal nur auf Monitore zu glotzen, sollen wir in Zukunft mit technischen Brillen, wie Meta-Tochter Oculus sie bereits anbietet, komplett eintauchen in die visuelle und virtuelle Welt. Vor allem natürlich im Gaming, aber auch natürlich beim Shoppen. Bei der Connect-Konferenz sagte Zuckerberg auch, man habe dann bald die Möglichkeit, sich seine echten Gegenstände einzuscannen von zu Hause und als 3D-Modell in der Fake World einzubauen. Das Beste im Metaversum, überall wird es Werbung geben und NFTs und noch mehr Konsum. Stark, also ziemlich geil eigentlich. Es dürfte auch weiterhin eine Polarisierung der Online-Community geben, da war jetzt der Drachenlord-Typ vom Anfang dieser Story auch nur der Anfang. Facebook hat in den letzten Jahren immer stärker die Konkurrenz anderer Plattformen zu spüren bekommen. Die Aktivitätenrate auf Facebook ist immer weniger gewachsen, kann ich bei mir selbst auch beobachten. Alle Jahre wieder kommt ein Skandal hinzu. Datenlecks werden immer wieder ausgenutzt, wahlweise von Betrügern, Neonazis, Donald Trump oder anderen Populisten, um unsere Meinung zu beeinflussen. Donald Trump wurde zwar dann nach seiner Amtszeit entfernt von Facebook, wie bei Twitter auch, doch das Symptom zu entfernen, heilt noch lange nicht die Ursachen. Stattdessen erscheinen, wie bei der Hydra, für jeden entfernten Demagogen drei neue Faschisten. Und zu einem Überfluss gründet Donald Trump jetzt auch noch sein eigenes Netzwerk für die Verbreitung von Lügen, Hass und Angst. Passend zu seiner gewohnten Rhetorik heißt dieses Truth Social, so ein Blödsinn. Die ursprüngliche Idee der, in Anführungsstrichen, sozialen Netzwerke war es angeblich, Menschen weltweit zu vernetzen. Diese funktioniert im Wesentlichen zwar noch immer, ist aber zum Nebenschauplatz geworden. Denn die etablierten Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram sind viel zu voll mit Werbung und irrelevanten Inhalten, Trollen und Chatbots, als dass die Menschlichkeit noch einen Platz hätte. Und wie eben schon angedeutet, brodelt es zumindest bei Facebook, pardon, Meta auch intern massiv. Ich frage mich, wie lange das die Politik noch mit ansieht. In China hat die Welle der staatlichen Einschnitte in Monopolstrukturen ja längst begonnen. In den USA schaut der oberste Gerichtshof auch immer genauer auf die Finger von Facebook, Twitter, aber auch Amazon und anderen. Und das ist auch gut so. Privatunternehmen, die derart viele Daten einsammeln, von denen Regierungen und Geheimdienste nur träumen können, die so viel Macht haben, um dann Algorithmen und künstliche Intelligenz zu entwickeln und zu missbrauchen, die die Kunden zu immer mehr sinnlosen Käufen anregen sollen, weil sie diese teuren Werbeanzeigen absolut überflüssiger Konsumgiganten anklingen, müssen besser kontrolliert werden. Oder die Transparenz wird erhöht. Welche Folgen hat ein Klick auf ein Werbebanner, eine Bestellung online? Welchen ökologischen Fußabdruck erzeugt dieser Ablauf von Entscheidungen, der inzwischen in unter 5 Minuten erledigt ist? Wenn Facebook eins geschafft hat, dann ist es eine Überforderung, mit Informationen zu verstärken und anschließend inmitten dieser kollektiven Konfusion die Saat für das eigentliche Ziel des Silicon Valley zu pflanzen. Turbokapitalismus auf Steroide und Opium fürs Volk. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder ans Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes solches und bleib mir treu. Schalt gerne mal wieder ein und spread the word. Alles Gute, bleib gesund und bis bald. Ciao.